Musik 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 Beim Bierplatz am Hodenarkt, dass ihr mal was getan habt, sind alle eingeladen zu einem Bier, Freibier, Würstl gibt's und alles dementsprechend dann weiter und das dauert bitte circa bis um halb eins. Musik Musik Liebe Weidhofenerinnen und Weidhofener, liebe Ipstaler, ich begrüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr alle da saßt, das freut mich persönlich wirklich sehr, sehr, sehr. Aber ganz persönlich grüße ich einen Mann, der bei uns, bei den Freiheitlichen an der Spitze steht. Er ist geradlinig, er ist ein bodenständiger Mensch, er lässt sich nicht verbiegen, sondern die Dinge beim Namen nennt er und ausspricht, dass sich viele denken. Und das ist auch gut, sodass wir einen Menschen haben, der was anspricht, was viele bewegt, was sich viele denken und die haben nicht die Gelegenheit und nie eine Chance, das einmal auszusprechen. Aber unser Herbert Kickli macht das und ich begrüße ihn recht, recht herzlich. Und unseren Bundesparteiobmann, Clubobmann im Nationalrat, Herbert Kickli. Herzlichen Dank. Also das 7,1% geworden ist, was dieses Volksbegehren unterschrieben hat. Das ist ein super Ergebnis. Das ist das beste Ergebnis von ganz Niederösterreich. Bundespartei wurde dieses Volksbegehren mit 270.000 Mal unterzeichnet und somit schaffte es mit einer Leichtigkeit ins Parlament, wo es dann auch noch weiter behandelt wird und das ist auch gut und richtig so. Dass wir noch herkommen dürfen oder herkommen können, ist ja nur dem Tag, dem Freitag geschuldet, weil morgen wird es schon etwas schwieriger, wenn man so wie ich aus dem Süden des Landes kommt oder vielleicht doch durch das ganze Land irgendwie vor muss. Weil spätestens, wenn man den Bezirk Melk durchfährt, wird es ja ab morgen schwierig werden. Wenn man den Bezirk Melk durchfährt, wenn man morgen einen 3G-Nachweis braucht. Man ist geimpft, man ist getestet oder genesen und erst dann darf man da aus dem Bezirk wieder rausfahren. Und das ist schon etwas, was ich an der Stelle ansprechen möchte. Und speziell in Weidhofen, wenn man Angst haben muss, dass man gleich hinter der nächsten Ecke von Herrn Sobotka oder von Herrn Hangar geimpft wird. Das ist ja nicht ganz so ungefährlich. Guten Morgen meinerseits, zu mir hat gerade einer gesagt, hat es ein bisschen ein jetzt bei deiner Rede, dass es uns ein bisschen wärmer wird und dass der Sobotka da unten aufwacht. Dann werden wir das einmal probieren. Das heißt, man hat einem ein Gelöbnis sprechen lassen auf die Gesetze der Republik Österreich. Liebe Freunde, das ist, als wenn es der Prostituierte kein Schatzgelöbde ablegen lässt. So geisteskrank ist es mittlerweile, wo die in Wien unten noch weg sind. Motivierenden Vorreden, muss ich sagen. Es taugt mir unheimlich, dass ich jetzt da mal sein darf in Weidhofen. Und ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hierher zu kommen, dass ihr ein bisschen zuhört, dass ihr euch das einmal anschaut, dass vielleicht der eine oder andere, der neugierig ist, wie denn dieser Kickl so ist, dass er sich diese Zeit eben genommen hat. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil mir natürlich vollkommen klar ist, dass diese letzten Monate für euch alle alles andere als einfach gewesen sind. Das Corona hat jedem auf seine Art und Weise etwas abverlangt und deswegen weiß ich das umso mehr zu schätzen, dass ihr heute so zahlreich da seid. Das stimmt nicht und ich würde keine Sekunde da stehen und ich würde keine Silbe da in dieses Mikrofon rein sagen, wenn es so wäre. Ich gehöre nicht zu denen dazu. Die dort oben, dieses System, das kann mir gestohlen bleiben. Ich will da beim einen oder anderen nicht einmal anstrafen, weil ich nicht auf du und du sein will mit der Korruption und mit Leuten, die gegen die eigene Bevölkerung regieren, statt für die eigene Bevölkerung regieren. Ich bin auf eurer Seite und das ist der Grund, warum ich heute da stehe und warum ich mich so freue, dass wir die Gelegenheit haben, uns auch persönlich einmal kennenzulernen. Ich lege mich an für die österreichische Bevölkerung, wenn es notwendig ist, dass sie nicht mehr etwas durchbringt und da können die Funken flirren und da kann es einmal ordentlich krachen im Gebäck. Aber wir haben viel zu viele Weicheier in der Politik, die es jedem Recht machen wollen und die sie nicht für die Bevölkerung einsetzen. Also ich bin nicht zum Kriechen da und ich bin nicht zum Kuschen da. Mir geht es um etwas ganz anderes und das ist mir wichtig, euch das zu sagen. Mir geht es um eine Ehrlichkeit und um eine Glaubwürdigkeit in der Politik. Mir geht es um einen Hausverstand und mir geht es um ein Augenmaß und mir geht es um eine Bodenständigkeit und um einen Respekt vor der Bevölkerung, um einen Respekt vor euch, vor den Leuten, wo die anderen, wenn sie glauben, dass sie unbeobachtet sind, wenn sie untereinander ihre SMS schreiben, wenn sie umeinander chatten, wo sie dann sagen, das ist der Böbel und das sind die Tiere. Das ist für mich der Souverän, das sind für mich die Leute, denen ich zu dienen habe und so bin ich erzogen worden von meinen Eltern, so habe ich das gelernt und so habe ich das verinnerlicht und so versuche ich das jeden Tag in meinem politischen Leben zur Anwendung zu bringen. Wenn ich meinen Namen höre, dann werden die Gesichter bleich und die Knie weich, dann fangen es alle an zu schäbern, wie wenn es Reißfleisch geben hätte in der ÖVP-Kantin. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum fürchten sich die so, warum fürchten sich die so? Die müssen einen ordentlichen Leidensdruck haben, die müssen ein ordentliches, schlechtes Gewissen haben und die wissen, ich bin ihnen damals im Innenministerium auf die Schlüche gekommen und deswegen habe ich gehen müssen. Und deswegen wissen die genau, dass ich Mode mache, wenn ich wieder da bin, dass ich mit diesem korrupten System abfahre und deswegen geht ihnen der Arsch auf Grundeis. Und deswegen schicke ich, liebe Freunde, von dieser Stelle meine ganz besonderen Grüße an die ÖVP-Zentrale in St. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt. Liebe Grüße an die österreichische Volkspartei, ich bin's der Albtraum eurer schlaflosen Nächte. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt. Pölten in Wien und ich weiß nicht, wo der Sobotka wohnt.